Ich muss mir das einmal kurz durchlesen. Der andere Mann. Du lernst ihn auf einer Hausparty kennen. Er flirtet. Er ist zu dir nett. Er kann dir alle Serien nennen. Er sieht gut aus. Ohne Fett. Er tanzt verdammt sexy. Du siehst ihn dir an. Und dann kommt zu euch dein Kerl ran. Und deine Freundin liest deine Gedanken. Dein Bay kommt nicht gut dabei weg. Wie er dasteht mit den ganzen Schlampen. Er sieht aus wie ein Stück Dreck. Und nun denkst du bei dir so. Eigentlich wäre dein Neue was für mich. Ey Mädchen. Hör mal zu. Stell dich doch nicht so an. Deiner ist doch kein Penner. Kurz gesagt. Der Neue ist auch kein Fang. Der Typ wäre nicht der Renner. Dann kennst du seine erogenen Zonen. Dann willst du ihn nachts nicht belohnen. Dann stehst du auch immer in der Küche. Dann kennst du all seine Sprüche. Dann siehst du ihn immer am Zocken. Und du musst immer alleine rumhocken. Glaub mir, wenn man sie näher kennt, gibt sich das mit dem Happy End. Manchmal sind sie der absolute Dreamboy. Und am Ende sind sie doch nicht mehr so treu. Beurteil sie nicht nach den besten Stunden. Und hast du einen Kerl gefunden, mit dem man einigermaßen auskommen kann? Dann bleib bei deinem eigenen Mann. Ja, das war's.